Der RTPQ ist unser Premium Hubwagen mit Schnellhub. Der Schnellhub ist angelegt für Lasten bis 200 Kilogramm, wobei nur sechs Deichselschläge für einen Hub auf 200 Millimeter nötig sind. Beim RTPQ reichen zwei Deichselschläge aus, damit die Palette Bodenfreiheit erhält und verfahren werden kann. Wie alle Premium Hubwagen ist auch er ein robustes und hochwertiges Spitzenmodell mit einer Tragfähigkeit von 2500 Kilogramm. Seine angenehme Kunststoffgriffkomponente und die besonders große ergonomisch geformte und verstärkte Deichsel bietet dem Anwender ein besonders angenehmes, leichtes und sicheres Warenhandling. Zudem erweist sich das Premium Modell mit Epoxidbeschüchterung des Chassis als äußerst widerstandsfähig. Einfaches und leichtes Pumpen ermöglicht die solide, aus einem Stück gefräste, wartungsfreie Aluguspumpe. Mit einem Lenkeinschlag von 210 Grad ist der Hubwagen sehr wendig und extra beweglich im Einsatz. Für leichtes Ein- und Ausfahren in die Palette von allen Seiten ist er natürlich mit Ein- und Ausfahrrollen ausgestattet. Als Hubwagen in Industriequalität ist er je nach Einsatzgebiet in vielen verschiedenen Rollenvarianten erhältlich.